Danke, dass Sie den Harz grüner machen. Das feiern wir bei Stars for Free mit Milo. Ganz herzlich willkommen hier auf der Bühne in Schirke. Das Dankeschön-Konzert zum Radio Brockenbaum schenken mit Milo. Ganz viel Spaß. Vielen Dank. Danke schön. Danke so much. Dafür, dass es so eine kleine Runde war, fand ich es trotzdem sehr schön. Also ich fand es echt. Könnte öfters noch. War eine super Atmosphäre, tolle Musik, schöne Stimmung. Wir haben den Zettel selbst geschrieben von Milo. Super haben wir gefeiert. War super bei euch. Echt klasse. Danke für euch nochmal. Danke, Radio Brocken.